So, aber ich glaube, mein Essen wird auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und die Stimme will auch halt nicht mehr, dann würde ich sagen, dann machen wir für heute Feierabend. Ich würde das noch ein bisschen jetzt auf Stream weiter zocken und dann eventuell machen wir das dann morgen gleich weiter, dass wir morgen nochmal so hier ne bisschen ne Session machen. Mal gucken. Muss ich sehen, was mich dann morgen am meisten bockt, ob der Football Manager oder das hier oder irgendwas anderes kleines. Ich bedanke mich fürs dabei gewesen sein. War wieder sehr schön, mir gefallen, schöne Chat-In-Aktivität und das Spiel war auch, obwohl es teilweise eher so, aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht, auf seine eigene Art und Weise. So, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein! Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.